Ey, yo, wir hier mit dem Motherfucking-Haters, guck mal, was ist alles klar? Ja, Mann, weißt du, was ist alles klar? Plauzzi ist gechillt im Park mit den Friends und Homies, guck mal, was ist alles klar? Alles geht? Alles klar, lieber, was geht? Yo, wir sind jetzt hier im Park und die Frauen sagen, warum gehört dir der Vaterstaat? Ja, weil ich von der Massepflicht jetzt verfreit bin meine Freunde, das ist wie in der orthodoxen Kirche. Da zieh ich an Ostern, die Kerze, mach ich an und die hübschen Frauen rennt mein Hund hinterher, oh yeah. Hier, du kleiner Spasti, wie läufst du denn rum? Das ist Plauzzi-Style, Freestyle direkt von der Street. Ulita, Ulita, das ist der Shit. Jeppagena, komm und ich fasse jetzt mal in den Schritt. Den kleinen, kleinen Wichser, ich krieg den Blau-Job und dann sag ich Smutschi, Baby, oh, lo, lo. Plauzzi-Style im Luise-Center mit den Homies, der Elias ist Kickboxer und der andere Typ ist, der, wo gut Fußball spielen kann, meine Freunde, was geht ab? Plauzzi-Style, oh yeah, 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 mach doch auch mal auf die Zeit. Für die Family, wir sind immer für die Family, wir sind immer jetzt halt hier. Plauzzi-Style im Revier, das ist Darmstadt, 64293. Und meine Stadt, yeah. Jetzt pass mal auf Füßler, komm. Kein Füßler, nein, Mann. Und was geht ab, Jungs? Wo sind die Muschis? Wo sind die Leiber? Wo sind die Post? Ist das Ice-Crew, meine Freunde, das ist nicht so stark. Das ist Tequila, mein Hund, und ich sage Ho-Ho. Yo, yo, was geht ab? Das ist die Stadt, jetzt kommt die Sonne wieder raus und der Gangster Jens macht einen Tag an den Lincoln Wall. Was geht ab? Habt ihr ein paar Bisschen-Frauen verlegt, dann katscht ihr mal fett auf den Bubble-Bug. Ja, yo, yo, Füßler, komm, komm, Füßler, Bruder. Yo, hör mal zu, mach die Hände aus den Taschen, das ist Plauzzi-Free-Style. Wir sind hier nicht für die Affen, im Käfig in der Zoologischen Garten oder Vivarium, das ist Plauzzi-Style. Habt keine Angst, ich bring dich auch nicht um. Bam, 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 bam. Da kommt der Kippo-Kommissar und sagt, wo sie die Finger abdrücke von dir? Bei deiner Kette, oh ja, doch die Frau hat vorher mit dem Mann ein Eis gegessen, deswegen hat er gutes Alibi. Und ich werde dich nicht mal weiter stressen, oh yeah. Yo, jetzt machst du ein Frangnummer. Ich trag ein Füßler, jetzt ist er. Diese, diese, For you, Song. Song, honey, motherfucking ladies. Sorry, y'all ain't got no haters. Sorry, dog, and we got no haters. Plauzzi-Style on the street with the ladies. Und wir sind jetzt hier und kacken richtig ab und wann kommt der Joint, denn Gangster Jens, mach mal einen Schlapp. Ja, Jungs, was geht ab heute? Bisschen gesaufen. Korrekt, was wird gesaufen? Wollte, weil die Griechen, die Trino, den Uso, den Uso, ja. Wollten wir uns zu helfen lassen. Komm, komm. Jawohl. Ja, hier helfen, greifen. Könntest du nicht? Komm. Was geht noch ab, Jungs? Sag mal hier, früher können wir einen raus und Leute grüßen. Grüß deine Mutti, deine Papi, dein Bruder, dein Family. Grüß du, Bruder. Ich grüß Dennis. Jo. Klar. Und die Griechen grüße ich jetzt, komm her. Und wir grüßt du, Bruder. Ja. Ich grüß Pasti. Pasti, wer ist das? Aufs Kolleges. Und dann grüßt ihr auch die Frauen. Oder können die nur diese schöne, diese schöne Video zuschauen jetzt. Yeah, motherfucker. Ja, korrekt, Jungs. Ich wünsche euch einen geilen Tag, alles Gute. Reit rein. Schaut einmal, tief Applaus. Ich hab auch Instagram, ja. Alles Gute. Haut rein, schönen Abend, ja. Ciao. Richtig. Yo, yo, yo. Was, was noch? Wann letztes Video? Jetzt, drückst du am Rogenklopf. Drück mal am Rogenklopf. Okay, jetzt. Narciffe.